Ja, moin! Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vicky Werkelt. Heute wird's heiß! So, jetzt ernsthaft. Herzlich willkommen zurück, Leute. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn ich möchte mal Holz abflammen. So, bevor es losgeht, vielleicht kurz noch ein paar Grundlagen zum Abflammen. Was ist überhaupt abflammen? Das Abflammen ist eine der ältesten Holzversiegelungstechniken der bekannten Menschheitsgeschichte. Dabei brennt man im Prinzip die oberste Schicht von so einem brennenden Kantholz oder einem Balken an, bis sie so dunkel wird wie hier eigentlich sogar noch dunkler und damit wird das Holz dann wasserabweisend und schädlingsresistent. Ich will das heute an zwei Sachen probieren. Einmal an einem ganz normalen Brett, damit das für euch nachvollziehbar ist und an meinem selbstgeschnitzten Wanderstock. Wenn euch das interessiert, Link ist in der Beschreibung. Ich würde sagen, ich bereite alles vor, dann treffen wir uns draus und dann brennen wir dem Spatz mal die Federn ab. So, wir haben das jetzt hier einmal komplett abgeflammt, sodass es schon richtig verbrannt aussieht. Aber das muss so sein. So, und jetzt nehmen wir uns so eine Drahtbürste, dann gehen wir entlang der Fasern und bürsten hier dieses ganze Verkohlte einmal richtig raus. Und jetzt nehmen wir uns draus. So, abgeflammt und abgebürstet ist es. Ich zeige euch die zwei Sachen mal ganz kurz im Detail und dann machen wir mal weiter mit der Veredelung. So, wir haben jetzt hier einmal unser Brett, was ich komplett geflammt und rausgebürstet habe. Das ist sehr, sehr glatt und wir haben eine relativ schöne Oberflächenstruktur. Also man kann das richtig gut fühlen, das Relief. Im Vergleich hierzu habe ich das probehalber mal so angeflammt, wie ich das bei ganz vielen Leuten sehe, die irgendwas anflammen. Also man kann das natürlich so anflammen, wie man möchte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das hier sieht aus wie ein schlecht gewendeter Grillkäse und das hier sieht einfach aus wie ein professionelles Finish. Bei meinem Wanderstab bin ich eigentlich auch ganz zufrieden, auch wenn ich sagen muss, dass es manche Schnitzereien, die ein bisschen zu flach waren, nicht ganz so gut überlebt haben und leider auch der Schnabel ein bisschen gelitten hat. So, von der Oberflächenversiegelung her war es das eigentlich schon. Jetzt ist das Ganze nur noch ein bisschen rußig. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Also das wirklich Einfachste ist, sich einen feuchten Lappen zu nehmen und dann hier schön drin rumzuwischen, bis man auch so den letzten Ruß rausgekriegt hat. Ich werde es aber tatsächlich so machen. Ich werde es jetzt einfach erst mal ölen und dann muss ich es sowieso mit einem Lappen drüber reiben, um das überstehende Öl abzukriegen. Und dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mache ich jetzt kurz danach, erzähle ich euch nochmal was Wichtiges zu meinem komischen Gasbrenner, den ich verwendet habe. So, während das jetzt hier einzieht, ganz kurz was zu meinem Gasbrenner. So wie ihr sehen könnt, habe ich mich für einen eher kleineren Gasbrenner mit abnehbaren Kartuschen entschieden. Damit geht es zwar nicht so schnell wie mit so einem riesengroßen, aber ich habe auch nicht diese riesengroße Gasflasche irgendwo rumstehen. Das kann ich nämlich viel leichter verstauen. Und es hat tatsächlich auch dafür ausgereicht. Aber einen wichtigen Punkt muss ich dabei noch erwähnen. Also heute war es relativ kalt draußen. Das habe ich auch beim Brennen gemerkt, denn nach so 10 Minuten hat diese Gaskartusche extrem angefangen nachzulassen. Die war eiskalt, dann bin ich rein, habe die ausgetauscht. Die kalte auf die Heizung, eine neue Warme mit rausgenommen. Dann ging das wieder. Später habe ich dann wieder zurückgewechselt. Dann ging es auch wieder. Also wenn ihr euch sowas zulegen wollt, müsst ihr das ein bisschen mitbedenken, weil es ist ein kleines bisschen aufwendig, aber es geht. So, das ist jetzt hier soweit auch eingezogen. Ich muss es euch gleich mal zeigen. Es hat einfach ein wunderschön Glanz. Wirklich. Also ohne Witz. Gerade so für draußen solche Möbel, glaube ich, ist das richtig, richtig schön. Schaut mal. Sieht das nicht lecker aus? Ohne Witz, ey. Ohne irgendwelche Farbe einfach nur ein bisschen Feuer und Öl. Ja, der Rabe ist auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Rabenschwarz geworden. Richtig schön. Ja, diese Maserung, wie das rausgekommen ist. Junge, Junge, Junge. So Leute, ich muss sagen, ich bin wirklich mehr als zufrieden damit, bis auf den Schnabel. Natürliches Finish für diesen leicht rustikalen Stab gefällt mir richtig gut. Alles, was ich verwendet habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr es nachmachen wollt. Ich hoffe, für euch war ein bisschen was dabei. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche.